Am heutigen Tag hat das Immobilienunternehmen LEG seine Bücher geöffnet. Die Q1-Zahlen sind draußen und es gibt viele spannende Erkenntnisse, die wir in diesem Video aufbereiten wollen. Aber wie immer vorher der Hinweis, das Ganze hier ist natürlich keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung. Jeder muss für sich eigene Anlageentscheidungen treffen und Investitionen können immer auch in einem Totalverlust enden. Hinweis noch, ich selber habe aktuell keine Aktien von LEG. Okay, gucken wir zuerst auf den Aktienkurs, bevor wir dann auf die genaueren Zahlen, die heute am 10. Mai veröffentlicht wurden, eingehen. Und vorneweg, es gibt wirklich spannende Erkenntnisse, LEG zündet den Mietenturbo, so kann man das glaube ich ganz gut nennen. Aber vorneweg erstmal der Aktienkurs und da sehen wir, im letzten Jahr ging es rund 50% nach unten. Wir befinden uns jetzt rund um die 50 Euro vor genau einem Jahr. Da waren wir bei rund 100 Euro. Wenn wir uns den heutigen Tag bis zum Mittag anschauen, dann sehen wir, da tut sich nicht allzu viel. Die Zahlen, die werden neutral vom Markt bewertet, was ja für Immobilienaktien aktuell sogar positiv zu bewerten ist. Denn in der Vergangenheit sind Immobilienaktien oft schnell nach unten gerauscht nach Veröffentlichung der Quartalzahlen. Ich habe aber auch einen Verdacht, woran das heute liegen könnte. Darauf gehen wir gleich genauer ein. Gucken wir zuerst auf das aktuelle Portfolio. Stand Ende des ersten Quartals, also 31. März. Und hier sehen wir folgendes. Aktuell haben wir rund 167.000 Wohneinheiten ausschließlich in Deutschland. Davon knapp 134.000 in Nordrhein-Westfalen. Und seit dem Jahr 2021 sind 20% der gesamten Wohneinheiten außerhalb NRWs. Das hat sich dann seitdem auch nicht mehr verändert. Generell muss man sagen, 40% der Immobilien werden dem stabilen Markt zugeschrieben. Jeweils 30% High Growth und Higher Yielding. Das gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Auf jeden Fall hat sich beim Portfolio im letzten Jahr nicht allzu viel getan. Auch im letzten Quartal nicht. Das sehen wir einmal hier eingeblendet. Es sind sogar weniger Wohnungen als zum 31.12.2022. Viel verändert hat sich allerdings nicht, wenn wir uns auf das erste Quartal 2023 konzentrieren. Wir sehen 381 Wohnungen sind dazugekommen. 434 Wohnungen wurden verkauft. Unter anderem 120 Einheiten in Siegen. Und ein Hochhaus mit 219 Einheiten, das in einem technisch schlechten Zustand ist. Da ist man also froh, dass man das losgeworden ist. Und generell muss man sagen, die Immobilien, die noch dazugekommen sind, das sind entweder alte Kaufverträge, die jetzt eben dann den Besitzübergang hatten. Oder es sind ja Neubautätigkeiten, sprich Build-to-Hold-Pipeline von LEG. Die sehen wir auch hier einmal eingeblendet. Und da sehen wir, da wird jetzt nicht mehr viel kommen. Im Jahr 2025 kommen nochmal 458 Wohnungen mit dazu. Und dann ist Ende. Und das sehen wir auch bei den Investitionen pro Jahr in den Neubau. Unten links noch 2025 werden 31 Millionen hier investiert. Und dann ist Ende. Dann ist das Kapitel Neubau bei der LEG-Geschichte. Und das ist brutal dramatisch für den deutschen Immobilienmarkt. Das sehen wir nämlich hier einmal oben rechts eingeblendet. Wir haben einen riesigen Rücklauf von den Neubauzahlen. Gleichzeitig aber das zweitstärkste Wachstum, Bevölkerungswachstum seit 1950. Unten links seht ihr die Grafik eingeblendet. Sprich, es fehlt immer mehr Wohnraum. Immer mehr Menschen kommen und es wird immer weniger gebaut. Logische Konsequenz daraus. Auch wenn das in der Politik niemand hören möchte. Wenn das Angebot verknappt wird, steigen die Preise. Und das sieht man jetzt das erste Mal in den Q1-Zahlen bei der LEG. Und deswegen gehen wir jetzt auch gleich in den Bereich Finanzen und Mieten, Mietentwicklung. Denn da gibt es wirklich spannende Erkenntnisse jetzt aus dem ersten Quartal. Wir haben ja gesehen, bei den Wohneinheiten hat sich nicht allzu viel getan in den letzten Quartalen. Trotzdem, die Netto-Kalt-Miete konnte insgesamt um 4,5% gesteigert werden. 206 Millionen sind es im ersten Quartal gewesen. Und adjustiertes EBITDA, das ist leicht zurückgegangen um 2,2%. Für uns viel wichtiger die Kennzahl FFO und AFFO. Der FFO 1 pro Share, der ist rückläufig um 16,8%. Das hängt unter anderem mit den gestiegenen Zinsen zusammen, die sich jetzt langsam auch bei der LEG bemerkbar machen. Der AFFO wiederum, das ist ja die neue Kennzahl, nach der sich die Dividende bemisst. Und der ist gestiegen um 5,7% pro Aktie auf 74 Cent. Das bedeutet, wenn wir davon ausgehen, dass die 74 Cent so bleiben in den nächsten Quartalen, wird es rund 2 Euro Dividende geben, plus einen Anteil der Immobilienverkäufe. Ungefähr um 2 Euro wird sich also die Dividende dann wohl einpendeln. Der AFFO, der ist gestiegen, aber saisonal bedingt im Q1. Da muss man dann mal abwarten, ob es in den nächsten Quartalen hier wieder etwas weniger wird. Aber ungefähr 2 Euro auf Jahressicht könnte man hier erreichen. Wenn wir uns die Investment Properties anschauen, dann stellen wir fest, Moment mal, hier ist immer noch ein leichtes Plus vermerkt im letzten Quartal von 0,7%. Da kann doch was nicht stimmen. Der Immobilienmarkt, der rauscht doch gerade ab und die Preise sinken. Das ist richtig, hat aber damit zu tun, dass die LEG einfach das Portfolio nicht neu bewertet hat. Dazu kommen wir gleich nochmal. Der Verschuldungsgrad, der hat sich verbessert um 40 Basispunkte auf 43,5. Damit liegt man aber weiter halb über, leicht über dem angepeilten Ziel. Und beim EPRA NTA, also beim Immobilienwert pro Aktie, auch hier ein Plus von 1,3%. 155,50 Euro Immobilienwert pro Aktie. Da muss man sagen, Achtung, das sind Zahlen, die eigentlich so nicht mehr gelten sollten, weil die LEG das Portfolio zum ersten Quartal 2023 nicht neu bewertet hat. Generell wird man im nächsten Quartal dann das Problem bemerken. Wir sehen hier auch nochmal die Berechnung des Loan-to-Values, die natürlich auf dem Immobilienwert beruht, der aber bald sehr stark rückläufig sein wird. Und dann wird sich das auch in den anderen Kennzahlen wieder niederschlagen. Wir sehen das einmal hier eingeblendet. Ich habe es euch rot markiert. Die LEG rechnet für das erste Halbjahr 2023 mit einem Rückgang des Immobilienwerts im mittleren einstelligen Prozentbereich. Die Neubewertung soll im zweiten Quartal vorgenommen werden. Da muss man sagen, das hat Vonovia besser gemacht. Auch bei Vonovia soll zum Ende des zweiten Quartals eine Neubewertung stattfinden. Aber aufgrund der Erkenntnisse, die man bei Vonovia bis jetzt aus Transaktionen gewonnen hat, hat man hier selber eine Neubewertung vorgenommen. Vonovia hat also aktuell die realistischeren Immobilienwerte, als es bei LEG der Fall ist. Wie gesagt, hier sollte man ungefähr 5% vom Immobilienwert abziehen. Dann hat man die wahrscheinlich aktuellen Zahlen der LEG, wenn man die Neubewertung hier mit einbezieht. Also Achtung, die Zahlen, die werden im zweiten Quartal schlechter. Dann wird der Immobilienbestand tonusmäßig neu bewertet bei der LEG. Kommen wir nochmal zum AFFO und gucken, warum der AFFO im Q1 2023 gestiegen ist. Und da sehen wir, dass natürlich es Kosten gab, die eben den AFFO geschmälert haben. Logisch, wir sehen das hier. Higher Like for Like Operating Costs minus 17,3 Millionen. Aber ganz am Ende dieser Berechnung, da sehen wir 22 Millionen, die nochmal oben drauf kommen. Und die sind dem Bereich CapEx zuzuordnen, also den Investitionen eines Immobilienunternehmens. Beziehungsweise in diesem Fall eben der Streichung von Investitionen. Und dementsprechend verbessert sich der AFFO, was für die Dividende gut ist. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, und das sehen wir hier einmal eingeblendet, die Investitionen, die werden drastisch zurückgefahren. Und dementsprechend hat man hier einen starken Rücklauf eben bei den CapEx-Zahlen. Das muss man einfach berücksichtigen. Und Investitionsrückführung, beziehungsweise Reduzierung der Investitionen, bedeutet am Ende auch. Beispielsweise weniger Modernisierungen etc. Natürlich weniger Neubau, das ist ja so oder so klar. Aber hier muss man einfach sagen, der AFFO, der profitiert davon, dass man eben hier aktuell Investitionen einspart. Kommen wir jetzt zum Thema Mieten. Und ich habe es anfangs schon angesprochen, LEG zündet den Mietenturbo. So etwas habe ich lange nicht gesehen. Da hat die LEG im ersten Quartal einen bombastisch guten Job gemacht. Das muss man an dieser Stelle mal positiv erwähnen. Die Mieten um 3,8% gestiegen, im freifinanzierten Bereich um 3,6%. Damit ist man der Konkurrenz nun deutlich davon gerannt. LEG hat hier richtig Gas gegeben und natürlich die Inflationsrate zwar nicht erreicht, aber man hat hier die eigenen gesteckten Ziele von mindestens 3% bis ich glaube 3,7% war das Ziel. In diesem Jahr hat man jetzt schon übertroffen. Man ist bei 3,8%. Und das sehen wir vor allem in den stabilen Märkten, dass man hier die Mieten eben deutlich erhöhen konnte. Nur im Higher-Yielding-Bereich, da ist man mit 3% Mietsteigerung vorangekommen. Und man sagt auch, ja die Mietspiegel, die sind halt auch deutlich gestiegen. In Münster 9,5% Potenzial Kiel, 8,5% Dortmund, 5,4%. Und dementsprechend kann man hier eben auch in den nächsten Quartalen weiter die Mieten anheben. Was aber noch viel spannender ist. Und das ist wirklich heftig für deutsche Verhältnisse. Und zwar sehen wir hier die Re-Letting-Rents. Also Wiedervermietung von Wohnungen, wenn die frei werden und neu vermietet werden. Im Vergleich zum Q1 2022 kann man nun in Düsseldorf 5,3% höhere Mieten nehmen. In Monheim 6,1%. In Münster 7,2%. Dortmund 4,8%. Wuppertal 5,3%. Mönchengladbach 6,7%. Und wir sehen zum Beispiel in Wilhelmshaven 7,9% mehr Miete, die man jetzt bei Neuvermietung nehmen kann, als noch vor einem Jahr. In Städten wie Gelsenkirchen knapp 5%. In Duisburg 5,8%. Das ist wirklich heftig. Und über das ganze Portfolio hinweg 5,6%, die man höhere Mieten nehmen kann, als noch vor einem Jahr. Und da zeigt sich gerade bei der Wiedervermietung, da wird aktuell richtig an der Preisschraube gedreht. Und das ist eben das Problem. Wenig freie Wohnungen, hohe Nachfrage. Und auch wenn die Politik es nicht hören möchte, dadurch steigt eben der Preis. Das sehen wir jetzt hier ganz ordentlich. Und da hat die LEG einen richtig guten Job gemacht, wenn man nur das Finanzielle hier an der Stelle betrachtet. Ja, generell bleibt es dabei, man ist gut diversifiziert zwischen High Growth, Stable und Higher Yielding Immobilien. Und da hat man eine ganz gute Mischung rund um die Regionen in Deutschland. Gucken wir jetzt auf das Thema Finanzierung. Finanzierung, ja ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und die LEG, die hat hier wirklich Glück. Denn in diesem Jahr wird kaum etwas fällig, erst ab dem kommenden Jahr. Und so hat man jetzt bereits für das Jahr 2023 soweit alles abgeschlossen. Da ist alles geregelt. Man hat hier reagiert. Und auch für das Jahr 2024 ist man bereits dabei, hier zu agieren. Wir sehen das. Hier werden knapp eine Milliarde fällig an Loans und an Bonds im kommenden Jahr. Und hier haben wir einmal die Grafik eingeblendet. Man hat bereits einen großen Teil hier soweit unter Kontrolle. Beziehungsweise ist dabei, das Ganze zu regeln, um dann auch im kommenden Jahr eben hier die Refinanzierungen vornehmen zu können. Und auch, um eben durch das Eigenkapital, das man sich aktuell ja anschafft, eben hier Rückzahlungen leisten zu können. Sprich, man kann sagen, für 2023 und auch 2024 ist man auf einem sehr, sehr guten Weg. Man hat aber auch von den Immobilienunternehmen in Deutschland aktuell mit die entspannteste Ausgangslage hier zumindest noch dieses Jahr, was die Refinanzierung angeht. Kommen wir zum Ausblick. Und da muss man sagen, da hat sich nichts geändert. Die Guidance, die ist nochmal bestätigt worden. Unchanged, also keine Änderungen. Der AFFO soll auf Jahressicht bei 125 bis 140 Millionen Euro liegen. Das Ganze, das soll dann auch als Dividende an die Anteilseigner der LEG ausgeschüttet werden. Eben dann die Dividende nächstes Jahr für das Jahr 2023. Zusätzlich wird es noch einen Anteil der Dividende geben, der durch Immobilienverkäufe zustande kommt. Da muss man ehrlicherweise aber aktuell sagen, allzu viel wird da nicht bei rumkommen. Da ist nicht so viel aktuell verkauft worden. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. 43% LTV, also Loan-to-Value-Ziel bei der Verschuldung. Da muss man jetzt mal abwarten, wie es weitergeht mit den Abwertungen des Immobilienbestandes im zweiten Quartal, beziehungsweise zu den Halbjahreszahlen. Und wann gibt es die? Das sehen wir hier eingeblendet am 10. August. Dann natürlich auch direkt am 10. August wie immer. Hier das Update auf eurem Börsenbrudi-YouTube-Kanal. Das Annual General Meeting, also die Hauptversammlung der LEG, die findet in Düsseldorf in der kommenden Woche statt am 17. Mai. Aktionäre können da natürlich dann mit dabei sein. Soviel zur LEG. Ich persönlich finde, es sind durchwachsende Zahlen. Schade, dass man nicht direkt eine Neubewertung wie bei Vonovia vorgenommen hat. Das hätte noch ein realistischeres Bild aufgezeigt. Aber was ich wirklich positiv hervorheben muss, alle reden davon, dass Mieten der Inflation zumindest verzögert nachlaufen. Bei der LEG sieht man es jetzt auch. Und da ist man bei der LEG deutlich weiter als bei der Konkurrenz. Da ein großes Lob. Finanziell sieht das Ganze ganz gut aus. Und man ist weiterhin für die Krise, dadurch, dass man auf den AFFO umgestellt hat, gut gewappnet für diese Krise. Aber man muss einfach abwarten, wie es mittelfristig mit den Zinsen weitergeht. Das ist einfach ein Risiko. Das besteht bei allen Immobilienaktien. Eure Meinung zu den Zahlen gerne unten in die Kommentare. Wie findet ihr hier die Ergebnisse, die die LEG Immobiliengruppe erzielt hat? Generell gibt es noch viel Spannendes. Da gehen wir im Podcast am kommenden Sonntag drauf ein. Wie immer hier ein konkretes Update eben zu den wichtigsten Punkten, was sonst noch so erwähnenswert ist. Da gehen wir dann im Podcast am Sonntag drauf ein. Genauso wie auch auf die Ergebnisse von THG Immobilien. Die kommen ja morgen. Auch dann das Update natürlich hier auf YouTube. Macht es gut. Bis zum nächsten Video. Und gerne diesen Kanal abonnieren, liken und die Glocke drücken. Nicht vergessen. Vielen Dank dafür.